505 und nicht eine special unit gezogen bisher ist doch crazy oder wie kann man nur so viele legendäre rollen öffnen so viele legendäre rollen und keine napfeife dabei haben wie zur hölle geht das treu rollen treu rollen treu rollen ich sag's aber licht licht leute die treu rollen bringen lichtunits willst du jetzt hier special oder nicht special mit special drückt bitte alle die daumen jetzt kommen für airwolf schultern fake forster nein einfach nein kein dark wager kein lightning gemini holt viel rosen kinky unser ja wenn es einfach mal unseren fünf und so king 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 ist neu er macht kein scheiß Erwolf. Mach jetzt kein Scheiß. Bitte. Kein Scheiß jetzt. Och, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ein ultra nützliches Monster. Gott sei Dank. Und jetzt will ich aber noch ein Lightning. Wir haben noch Pieces. Kinky ist wie ein Nut5. Das wissen wir. Ich würde mich mega über Kinky freuen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wird sicherlich auch in der nächsten Zeit kein Holy Heroes werden. Oh, schade. Aber ey, wir haben Kinky. Kinky ist super, 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 super. Aber habt ihr gemerkt? Irgendwie Darkwager? Zwei Lightnings. Einmal Gemini. Einmal Kinky. Kinky Ultra. Opening bei mir. Ein herzliches Willkommen. Lasst uns einfach loslegen. Lasst uns die Special Units bekommen. Lasst uns mit einem Zehner anfangen. Gerade auf dem Account hat es leider nicht geklappt mit Special Unit. Obwohl wir Special Besporungen gemacht haben. Deswegen gucken wir einfach mal jetzt, ob es auf meinem Account dann funktioniert. und ähm, ja, das ist nicht so ganz real, ne. Wir haben null Nut5s. Null. Zero. Feuerwager. Lightning-technisch geht auch wieder gut los hier. Nicht? Hm, er played. Komm. Gib uns was Schönes. Ah. Ne. Nein. Kamthorps sagt sich, nö, also, äh, Lightnings braucht man nicht. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Lightnings sind nicht dabei. Nicht existent. Heute einfach lassen. Ey, ich mach gerade bei mir Opening. Das kannst du nicht machen. Ich hab gerade bei mir angefangen. Das kannst du nicht machen. Bei dem Opening gerade, wir hatten über, naja, tausend, tausend Rollen so ungefähr, ne. Bei dem gerade eben bei dem Opening, da hätten es ein paar mehr Nut5s sein können. und vor allem ein paar mehr neue Nut5s. Mau, mau. Aber nö, hatte keinen Bock oder so. Schau mal, Chat. Äh, was? Schau mal, Chat. Fünf. Ne. Du hast jetzt. Nein, nein. Auf dem Account haben wir gerade ein Opening gemacht. Airwolf, wo hast du jetzt die LD her? Woher hast du die LD? Nein. Nein. Ist dein sechster LD in Nut5. Hör auf. Nein. Nein. Wir haben gerade bei dir Opening gemacht. Wo hast du die scheiß LD her? Nein. Hör auf der Scheiß. Vor fünf Minuten waren wir auf deinem Account. LD für Dupes, ja, wahrscheinlich. Dupes verkauft. Die Dupes, die wir gerade gezogen hast, so verkauft, da hast du LDs geholt. Nein. Fettes Git-Set. Airwolf, hast du verdient. Hast du verdient. Kinky, kinky und den Kampfengel in Licht neu. Kann man mal machen, ne? Kann man mal mitnehmen für so einen Tag. 6 LD in Nut5 hast du. Jetzt bin ich gleich schon wieder viel mehr deprimiert. Jetzt bin ich noch deprimierter als vorher. Oh Mann, ey. Scheiße, ey. Vor fünf Minuten, ey. Ohne Scheiß. Vor fünf Minuten. Wie viel hast du dir geholt? 6 LDs? 6? Warte mal, wie viele Dupes hatten wir? 6 oder 7? Ne, ich glaube 7 LDs, oder? Ne, gerade 7 Dupes hatten wir. Ne, 6? Dann hatten wir 6 oder 7 Dupes. Komme ich nicht drauf klar. Aber dieser Skill ist einfach einfach die Hölle. Strip plus die Cooltime für zwei Runden zurücksetzen. Alter, das ist einfach so crazy. Ich finde, das ist ein absolut crazy Nut5. Auf jeden Fall Real-Time Arena nächste Woche, Airwolf. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Krass. Oh, nix neu. Zwei Träger brauche ich nicht mehr. Nein, noch nicht. Ich mache ja gerade bei mir Opening hier. Tiger. Geht's jetzt? Schade. Ja. Schade, schade, schade. Mal schauen. Ey, mit der musst du spielen. Mit der musst du einfach Real-Time Arena spielen. Das geht gar nicht anders. Wenn das bei mir passt. Also bei mir, bei Weihnachten am 24. Wird's auch ganz schön viel, denke ich mal, werden. 102 haben wir davon. Dann hier nochmal 20, 122, 123 LDs. Aktueller Stand bis Weihnachten. Ich hoffe, ey, ohne Scheiß, wenn ich hier umsonst, ich, ich, bekomme ich keinen LD-Nut5. Ich sag's euch, ich höre auf mit SW. Ohne Scheiß. Ich hab keine, also wirklich, no joke. Also, wenn ich dann hier vier, fünf Jahre ohne, nee, nee, nein. Also dann, dann, dann ist komplett vorbei. Und die brauchen wir auch nicht hier mit, äh, keine Ahnung, Dark-Bestien-Mönch oder Licht-Bestien-Mönch ankommen hier. Nee, nee, nee. Garo, der ist weh. Ey, ohne Scheiß, wenn der keinen LD-Nut5 hat. Ey, tut mir leid, aber ich spare dann hin. Ja, ohne, ohne, nee. Dann reicht's. Sagst du, weil du so viel hast? Frag mal Duki, der sieht das bestimmt auch nicht so. Oh, nee, nee, nee. Aber irgendwie spüre ich hier noch einen Nut5, ne? Ich spüre den hier noch. Hat Duki keinen einzigen LD-Nut5? Hat der was auf seinem Baby-Account? Nee. Nee. Hat doch eines gezogen mal, oder? Vor drei, vier Monaten oder so? Nee. An seinem Geburtstag? Nee. Wann war das? Hat der doch Off-Stream eingezogen? Akroma, oder? Ja, irgendwie, ja. Irgendwas hat er da? Geburtstagtechnisch irgendwie? Ja, auf Baby- Ach, Baby-Account. Scheiße. Auf Baby-Account? Oh. Oh, no. Ich hab Han. Han ist geil. Isis ist eigentlich auch geil. Nur Han. Aber Isis ist halt auch nicht verkehrt, ne? Aber das ist halt immer schwierig einzusetzen. Aber Oblivion, AOE-Oblivion ist schon nicht schlecht, ne? Oh, 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 oh. Ah, aber... New Toy! Neu! Zwar kein mega krasser, mega krasser Wunsch, aber wir hatten es vorhin gesagt, wäre in Ordnung, hab ich es noch gesagt. Ganz am Anfang vom Stream hab ich gesagt, es wäre in Ordnung, wenn wir ihn bekommen. New Toy! Yes! Ich glaube, jetzt sind es nur noch 13 Units, die mir fehlen. Ja! Ich hab auch mal Glück. Ich hab ein neuer Unit. Zwar haben wir jetzt kein Blessing mehr, aber ist egal. Wir haben eine neue Unit. Yes! Oh, Zerato ist auch geil. Und Isis. Hab Rackdoll zehn Jahre auf Main und Gianna auf dem Baby. Ist halt böse, wenn man auf dem Baby irgendeine richtig geile Unit zieht. LD-technisch. Richtig böse. Junkers, thank you very much. Junkers ist die ganze Zeit dabei, obwohl er gar kein Deutsch kann. Bester Mann. Jetzt gucken wir uns an. Den Account, den müssen wir uns kurz angucken. Das geht nicht anders. Das müssen wir machen. Eieieiei. Habt ihr das schon gesehen, hier die Liste? Nichts für schwache Nerven, Leute. Nichts für schwache Nerven. Auch hier, Forster-technisch. Oh, hier zwei Wunsch-Units von mir. Ja, find ich das nicht so geil. Ja. Ja. Aber mal machen, ne? Spielt halt keine Welt darin, ne? Aber gut. Muss man ja auch nicht. Was wir noch haben. Einen Moment. Premium. Jetzt. Warte mal. Zehn mal insgesamt. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Und zehn Pieces ist mein Account, ja. Zehn? Dreizehn? Ah, komm, da holen wir uns noch eine. Komm, wir müssen uns gönnen. Wir müssen uns gönnen. Hätte ich lieber nicht gegönnt. Die erste Kiste war die beste. Drei, vier, fünf. Ähm, elf. Ah, ah.